Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Föhn Utopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, ich hoffe ihr seid bereit den Bosskampf noch einmal durchzuleben. Mich nochmal sterben zu sehen. Ja, die Armbrust, die bringt einfach gar nichts gegen den. Ich muss das wie in einem Baseball zurückschlagen. Oh ja, und der kann auch noch meine Bomben zurückschlagen. Aber ich kann ihn mit meinen Bomben blockieren. Aua. Pam. Jawoll. Okay, wenn er dieses Ding werfen will, dann muss auch eine Bombe vor ihm liegen. Das blockiert es sofort. Der kann sich auch meine Bomben einfach greifen. Hilfe. Warum werfe ich ihm meine Bomben zu? Ja, oh. Geschafft. Ich habe die Aufnahmen nicht an. Okay. Das war unglaublich. Wie hast du? Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, aber kann es immer noch nicht glauben. Egal, darüber können wir uns später unterhalten. Hol uns hier erst einmal raus, bitte. Ich vermute, Thomas hat den Schlüssel. Bitte mach ihm mal richtig Stress. Ich wollte nur ein Prächtikum. Hm, du hast meine Verteidigung durchsprochen. Ich habe mich oft gefragt, wie meine letzten Augenblicke sein würden. Würde ich in Angst kauen oder stabil wie einem Baum stehen? Du kannst mich vielleicht zum Schweigen bringen, aber du kannst niemals den Marsch stoppen, der bereits begonnen hat. Solange die Menschen die Wahrheit suchen, wird sie dir hinter jeder Ecke entgegenstehen. Und außerdem bist du das am wenigsten einschüchternde aussehende Monster, das ich je gesehen habe. Wie kann ich mein kommendes Verderben ernst nehmen, wenn nicht mal du das tust? Ich wollte doch nur den Prächtigungsplatz. Also war das hier alles ein großes lustiges Missverstehen. Ich dachte, du versuchst mich zu töten. Tut mir schrecklich leid, dass ich den Zerleger auf dich getzt habe. In meiner Welt lauert hinter jeder Ecke Gefahr, also habe ich gelernt, vorsichtig zu sein. Trotzdem kann ich immer noch nicht glauben, dass du meinen Zerleger besiegt hast. Vielleicht ein Hardware-Fehler? Wie auch immer, wie geht's im Dörfchen? Wie geht's um und wie geht's Rotea? Informier mich mal. Wow, eine Entführung und Rotea ist weg. Meine liebe goldige Schwester. Diese Schwester in Napa haben sich mit dem falschen Bruder angelegt. Keine Sorge, Rotea, ich komme. Untersuchst du das Ding noch? Hm, lass uns das Schritt für Schritt angehen. Ich kann ziemlich gut mit Golems. Lass mich mal den Golem-Kopf anschauen, den du mitgebracht hast. Hm, interessant. Für das ungeschülte Auge sieht das wahrscheinlich wie ein normaler Golem aus. Aber meine geschulten Augen sehen, dass das eine ziemlich andere Technologie ist. Zuallererst hat das Ding statt einem mechanischen Gehirn einen Receiver. Dieser Golem war darauf ausgelegt, ferngesteuert zu werden. Dieser Kopf wirkt außerdem so, als ob er seine eigenen Bewegungsmittel hätte. Und dieses Ding, ich habe keine Ahnung, was das ist. Eine Art Transporter oder Projektor? Ich würde sagen, das ist vorgeschrittener als jedes Golem, das die Antiken hätten bauen können. Merkwürdigerweise scheint es auch so gebaut zu sein, dass es so antiquarisch wie möglich wirkt. Warum das? Vielleicht bekommen wir, wenn ich ihn reparieren kann, unsere Antworten direkt von der Quelle. Der Kopf scheint ziemlich intakt zu sein. Ich richte nur die Sprachrocks mal eben anders aus. Die Leute unterschätzen auf die Methode der rohen Gewalt. Ich aber nicht. Als nächstes entsetze ich dieses durchgebrannte Gizmo. Da, das war's. Also dann, wer auch immer da hinter diesem Golem sitzt, melde dich. Hallo, könnt ihr mich hören? Was für eine Erleichterung. Es ist super, widersprechen zu können. Wer bist du? Bist du ein Alien? Entschuldigung. Ich hätte Roboterstöhe. Mein Name ist Bart und ja, ich bin ein Alien. Wie aufregen. Dann kann ich einen Außerirdischen treffen von meiner Liste streichen. Ich habe es immer vermutet, aber es ist gut, Bestätigung zu haben. Auch wenn Bart ein ziemlich normaler Name ist. Ich hätte etwas Cooleres erwartet. So auf sie. Ciliotol. Warum bist du hier und warum hast du unsere Dörfler entführt? Ich habe sie nicht entführt. Wenn überhaupt bin ich gekommen, um die Entführung zu verhindern. Ich bin ein guter Alien. Hör mir zu. Zeit ist hier essentiell. Diese Welt ist in Gefahr. In diesem Moment hängt eure Welt in der Balance von außerweltlichen Interessen. Einige wollen sie zerstören und andere wie ich wollten sie retten. Was wir hier die nächsten paar Tage machen, bestimmt das Schicksal eurer ganzen Welt. Ich wünsche, ich könnte mir ins Detail gehen, aber das muss warten. Bitte bringt mich zum König eures Landes und zwar schnell. Wow, das hört sich verrückt an. Aber irgendwas sagt mir, dass wir tun sollten, was er sagt. Der König ist praktischerweise mein Chef. Also kann ich uns eine Audienz beschaffen, gell? Was denkst du? Zum König. Auch wenn ich dem Ding nicht ganz traue. Auch zum König. Das ist übrigens in der. Östlich von hier. Habe ich jetzt die beiden mitgenommen? Bad School im Kopf. Oh, ich habe sogar ein Archivement. Ich muss 25 Griechner Viecher dafür jagen. Hallo, ich habe jetzt eine Sau gemacht. Ciao. Was? Ihr beide steckt unter einer Decke? Was zum... Ich glaube es nicht. Haha, sorry, Floret. Du musst wohl warten. Wir sind auf wichtiger Mission. Du kannst uns nicht einmal hier lassen. Was sollen wir essen? Du solltest wissen, dass Menschen über einen Monat nur mit Wasser überleben können. Das würdest du nicht tun. Chill. Arsch mit euch durch, damit wir wieder da sind. Oh, ich mag essen. Was gibt's? Kalorien-Slush. Ein spezielles Restript, das ich erfunden habe. Das ist alles, was man so braucht, in einem praktischen Denk vereint. Macht euch keine zu großen Hoffnungen. Ich bin Wissenschaftler, kein Koch. Also dann, macht's gut. Thomas, komm zurück! Oh, du bist abscheulich! Tja, und so bekam ich mein Praktikum, Leute. Ich würde mir aber trotzdem gerne noch ein paar von diesen Slushs mitnehmen, weil die sind irre praktisch. So. Erstmal diesen Ausgang. Ah, damit kann ich mich direkt nach oben bringen. Ich, ähm... Nimm jetzt noch für 100 noch ein paar Slushs mit. Also drei Packungen hole ich mir. Ich sehe, hier ist noch eine weitere Tür. Da müssen wir auch nochmal eben kurz rein. So, zwei... Hier. So. Weil diese Halme sind irre gut. Hm. Ich vergesse immer wieder, wie dieses Teil funktioniert. Okay. Okay. Warte. Äh, eins davon ist höchstwahrscheinlich richtig. Hm. Fünfmal lila. Dann Kreis. Ist hier irgendwo auch ein Tipp? 0, 7, 7, 3, 4. Okay, Leute. Ich mach mal kurz einen Stopp, bis ich das hingekriegt habe. Ich sag euch dann auch die Auflösung. Okay, Leute. Äh, das war jetzt recht leicht und schwer zugleich. Also, dreimal so. Dreimal sowas. Dann nochmal dreimal so. Hm, so. Und dann so. Und dann war das offen. Ich notiere mir das auch mal eben kurz generell. Wenn ich wieder so einen Teil habe. Auf jeden Fall. Ich hab's mir jetzt eben kurz notiert. In Geo wähl. Da kommt man ja aber auch so gut drauf, ne? Das. Also. Ist notiert. Jetzt können wir weiterziehen. Ich hab mehr Energie. Leben erfüllt. Und ich hab verdammt viele Slushies. Die sind wahrscheinlich das beste Highlight im Spiel. Und die sind auch noch super billig. Hallo. Ja, ich bin interessiert. Jetzt muss ich noch eine Prüfung machen. Ich hab doch gerade erst mal eine Praktikumsprüfung gemacht. Ja, okay. Na, komm ich nicht rein. Muss ich mit einem von euch reden? Hier komm ich zu dir rauf. So. Hm. Hier will schon wieder einer Verdammnis essen. Okay. Bitte lasst mich in Ruhe, liebe Biester. Danke sehr. Diese roten Dinger sind aber auch immer so penetrant. Da ist wieder der böse Fisch. Komm doch mal an eine Stelle, wo ich dich auch schlagen kann. Komm, trau dich. Dieser Fisch ist so ein Schisser. Halt die Klappe, du dummes Ding. Komm her. Erst hier den Krieg anzütteln und dann sich verpiesen. Okay, da oben kann man auch irgendwie hin, aber ich momentan definitiv nicht. Stimmt, gibt's noch irgendeine Möglichkeit, wie man höher springen kann. Königsbrücke. Haben wir hier nicht schon mal von der anderen Seite? Ich würde die gerne erkunden. Hier gibt's bestimmt was zum Holen. Da sind Fischis. Fische kann man aber auch überall in dem Spiel holen. Und was zum Aufsprengen. Hallo, Geld wird mitgenommen. Und hier bräuchte man erst ein Lied. Ich sehe gerade, dass die Folge schon recht lang geht. Deswegen gehe ich mal hier oben hin und speicher. Dann erkunden wir beim nächsten Mal noch ganz leicht die Brücke und gehen dann in die Stadt, die ich oben rechts gesehen habe. Auf jeden Fall, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.